Heute ist Montag, der 15. Februar. Einen schönen guten Morgen. Eine Welt ohne Barrieren. Wie kann die aussehen? Erfinder und Kreative haben bei einer Konferenz in der Wiener UNO-City Ideen ausgetauscht, wie man für Menschen mit Behinderung Hürden aus dem Alltag beseitigen kann. Geraldine Senz und Barbara Riedeldaser haben sich zwei der vorgestellten Projekte näher angeschaut. Ein Bildschirm, ein Rechner, ein Stromanschluss. Viel mehr ist nicht nötig, um einen Computer zu bedienen. Zudem genügen wenige Mausklicks. Schon befindet man sich im Internet. Nur was, wenn man seine Hände nicht verwenden kann? Für Menschen mit Amputationen oder vollständigen Querschnittlähmungen etwa, gewährt eine ausschließlich mit dem Mund steuerbare Maus. Zugang zum Computer, die sogenannte Integra-Maus. Also ich sitze jetzt direkt am Computer und die Integra-Maus vor mir. Die Spitze vom Mund steckt, die nehme ich so wie ein Strohhalm. Auch wenn Sie jetzt nichts hören, bewegt sich der Mauszeiger durch minimale Littenbewegungen quer über den ganzen Bildschirm. Die Klicks, linke Maustaste, wird durch leichtes Ansaugen gemacht. Wenn ich reinblase, ist es die rechte Maustaste. Wenn ich zweimal ansauge, ist es der Doppelklick. Erklärt David Hofer von LiveTool, einem gemeinnützigen Unternehmen, das unter anderem in Linz computerunterstützte Werkzeuge für Menschen mit besonderen Bedürfnissen entwickelt. Die aktuelle Version der Integra-Maus kann man ohne Kabel verwenden. Für einen ganz speziellen Anwender ist die handfrei steuerbare Computermaus schon gar nicht mehr wegzudenken. Das ist ein DJ, der vor zwei Jahren auf der Donauinsel beim größten europäischen Musik-Opener eine eigene Stage hatte und mehrere tausend Menschen mit seiner Musik zum Tanzen gebracht hat, obwohl er selbst querschein gelähmt ist. Und das hat er mit der Integra-Maus auf der Bühne live performt. Den Computer barrierefrei zu gestalten, ist auch das Ziel eines Forschungsprojektes der Fachhochschule Technikum Wien. Reguläre Tastaturen und Computermäuse sind für manche Menschen schwer bedienbar. Die Studierenden ersetzen sie durch wenige große Knöpfe und einen Joystick, erklärt der Projektmitarbeiter Benjamin Aigner. Unser Ziel ist es, Unterstützungstechnologien als Open-Source-Designs zur Verfügung zu stellen. Das hat den großen Vorteil, dass wir einfache Konstruktionssets zusammenstellen können, vergleichbar mit Lego, wo wir einfach Pläne zur Verfügung stellen, dass es jeder sich selbst nachbauen kann. Abgesehen davon, dass Menschen je nach Beeinträchtigung die Knöpfe und Joysticks schwer selbst basteln können, liegen die Vorteile in der individuellen Gestaltung und den geringen Kosten. Damit die Knöpfe den Computer steuern, haben die Studierenden eine Software entwickelt. Mit dieser kann man mehr als nur am PC schreiben, sondern zum Beispiel auch Klicks in Geräusche und Töne verwandeln. Dabei hilft ein sogenanntes Musikinterface des Computerprogramms. Wir verwenden hier einen Step-Sequencer, um ein Musikinterface zu basteln, um Menschen mit Einschränkungen ein Musikinstrument zu ermöglichen. Genau wie die geschilderten beiden Projekte zeigen viele andere Erfinderinnen und Entwickler bei der Zero-Project-Conference, kreativen Ideen für eine Welt ohne Barrieren sind keine Grenzen gesetzt. Und sie erreichen Menschen mit besonderen Bedürfnissen weltweit.